Deswegen war es eine Falle und da musste ich jetzt mal ein bisschen abwarten. Ich habe in dieser Saison genau einmal getroffen. Ich bin bereits zweimal zum BVB gewechselt. Mal zum, mit. Das ist richtig. Gut. Ich darf kurz meinen Götz, aber dafür auch. Ich habe bei meinem BVB-Debüt getroffen. Emre Can, ich selber. Wie jetzt? Ich hundertprozentig nicht da meinen Namen. Okay, danke. Der darf jetzt noch die anderen ... Er darf jetzt nicht die beiden anderen noch anhören. Zweiter Hinweis, ich bin in dieser Saison zum BVB gewechselt. Und ich wurde in Dortmunds Partnerstadt Leeds geboren. Das bin ich nicht. Wie ist das? Ähm ... Muss ich da auch drinnen? Ehrling, halt an. Ich habe gar nicht beim Demüt getroffen. Du hast in Drehung gespielt. Das sind ... Zählt das auch im Demüt, oder? Zwei Minuten. Ja, wo? Das war das Demüt. Zwei Minuten. Eins und eins. Er war so heftig überzeugt von sich selbst. Der dritte Spieler. Ich bin deutscher Nationalspieler. Dann passt er gleich wieder und sagt Emre Can. Ich habe den Confed Cup 2017 gewonnen. Boah, das ist jetzt schwierig. Ich habe in dieser Saison gegen einen meiner Ex-Vereine getroffen. Emre Can. Den überlasse ich dir auch. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, wir haben beide, oder? Du hast doch Confed Cup zusammen gewonnen. Ja, deswegen. Ich habe olympisches Silber gewonnen. Möchte ich weiterhören? Hast du da gewonnen? Ja, ich ... Der Sonnen-Ding hatten wir letztes Mal ... Ich wollte extra nicht sein. So was hatten wir letztes Mal auch. Ich wollte den jetzt nicht ... So was hatten wir letztes Mal auch mit olympischen Spielen. Ich glaube, das war Jakob Brun Larsen. Und da dachte ich die ganze Zeit, ich bin gemeint wegen olympischen Spielen. Und dann war ich es nicht. Und deswegen war es eine Falle. Und deswegen musste ich jetzt mal ein bisschen abwarten. Ich bin in England geboren. Ich habe in diesem Jahr mein Profi-Debüt gegeben. Ich weiß nicht, ich werde schneller mal von euch. Ich bin hier. Fertig. Niemand stand in dieser Saison häufiger im Kader als ich. Ich habe aktuell zwei Lanz-Männer im Kader. Ich weiß, ich kann es mir denken, aber weiter. Ich habe genau ein Bundesliga-Tor erzielt. Marvin Nitz. Der hat ein Tor erzielt? Ja. Ich glaube, er hat mehr, oder? Der hat auch ein Tor erzielt. Der hat auch genau ein Tor erzielt. Okay, warte, wer ist da noch? Ja. Aus seinem Land? Ich weiß, das ist Manu. Manu und Roman. Ja, du kannst doch nicht. Ich weiß, okay. Dann würde ich sagen Manu. Ja. Falsche Information. Falsche Information. Ja, 4-2. Ich spiele seit dieser Saison beim BVB. Ich habe zwei Kinder. Ja? Nico Schulz. Ja, ich habe noch mal ein bisschen aufgezogen. Ja, aber wer ist denn alles noch gekommen? Aber die haben keine Kinder, stimmt. Gratulation. Ja, Dankeschön. Schützt sich gut an. Super, ne? Ja, danke. Nummer 1